Es wird langsam kritisch mit den Märkten. Nicht so sehr beim DAX, da sieht es ganz gut aus und ich habe euch mal vorangestellt, jetzt den DAX Future gezeigt. Das ist ja sozusagen das handelbare Instrument. Viele natürlich dann als CFD, gar keine Frage, die das dann entsprechend umsetzen. Aber hier habe ich euch einen Trade des Tages vorbereitet. Ihr habt ihn wahrscheinlich gesehen. Dort habe ich euch zwei Sachen genannt. Die rechte Seite, die zeige ich euch jetzt. Die linke, die könnt ihr selber nachlesen bzw. habt ihr wahrscheinlich schon. Da habe ich dann die konkreten Handelsmarken zu dem Trade mitgebracht. Also irgendwie war es in dieser Richtung zu handeln. Was auch immer das jetzt hier bedeutet, das guckt ihr euch dann wie gesagt im Trade des Tages an oder eben in Telegram habe ich es geschickt für all diejenigen, die beim Board for Trading mit dabei sind. So, aber ich hatte eine andere Sache angegeben und das ist zu kurz, um das jetzt als ein Trade für euch vorzubereiten. Denn gegebenenfalls muss man das nochmal anpassen. Aber im 5 Minuten Chart, ja 15 jetzt sogar, ich habe eben umgestellt nochmal, haben wir eine Situation, die relativ typisch aussieht. Für was? Für erstmal Bullish. Also ich sehe eine ganz gute Chance, dass wir hier einen Long Trade sogar machen können. Wer auf dieser kurzen Ebene unterwegs sein will und hier eben mal zwischendurch diese Bewegung mitnehmen. Wir hatten eine starke Vorgeschichte. Jetzt habe ich den gerade so heimlich verlängert. Es geht dabei eigentlich darum, dass das, was wir vorne haben, mindestens hier hinten nochmal passiert. Ich mache es mal groß, damit ihr es ein bisschen besser erkennen könnt und leite das nochmal ganz kurz her. Ihr messt tiefster Punkt, höchster Punkt. Statistisch gesehen ist es durchaus sinnvoll, einen Rücksetzer abzuwarten, der in diese Kiste geht. Das sollte allerdings idealerweise korrektiv sein. Korrektiv können wir uns ganz einfach merken. Dreiwellig irgendwie sowas in der Richtung, manche mal ein Trendkanal. Dreiwellig wäre irgendwie so A, B, C. Ich denke, das ist hier relativ leicht zu erkennen. Während man hier eigentlich so gut wie gar nicht irgendwelche Rücksetzer hier erkennt. Das sieht ziemlich schnell nach oben aus. Und die Idee ist, dass sich das im Nachgang nochmal fortsetzt, sobald die Korrektur rum ist. Manchmal kann man das hier unten erkennen. Da will ich aber jetzt im 5-Minuten-Chart nicht unbedingt drauf eingehen. Aber manchmal sieht man das. Wendeanzeiger gibt es hier, Cluster und so weiter. Dann kann man natürlich versuchen, hier unten einzusteigen. Eine andere Variante ist, wenn wir zum Beispiel den Trendkanal, das ist für uns keine gültige Einstiegsmethode, hat auch was damit zu tun, wie sauber kann man das zeichnen. Einige finden das aber total klasse. Es ist natürlich, wenn er den Trendkanal nach oben verlässt, ein mögliches Ende. Wir nehmen dann gerne die Oberseite des letzten Zwischenhochs hier. Das wäre diese Marke mit der Erwartungshaltung, dass sich das Ganze nochmal fortsetzt. Für diejenigen, die mich genauer kennen, ganz so schön finde ich es nicht, wenn die ähnlich hoch sind. Das hat häufig was mit Stop-Nachziehen zu tun, weil man relativ schlecht nachziehen kann. Insgesamt war meine Erwartungshaltung, dass wir zumindest mal bis dahin in etwa, wer es nicht lesen kann, bei Future 950 ist das in etwa, natürlich 15.950 roundabout. Das halte ich für durchaus denkbar. Mal ganz kurz das Gegenüber gestellt. Die Zielweite, nur einfach optisch, wir müssen es gar nicht messen, das könnt ihr dann gegebenenfalls selber. Das wäre die Zielweite. Und der Stop? Naja, einige würden ihn hier unten drunter zeichnen. Ich mache mal das Blaue da weg. Würden ihn hier unten drunter zeichnen, unter das Tief. Wir machen immer eine Stufe höher noch, das heißt vom tiefsten Punkt zum Ausbruchspunkt gemessen. Und dann haben wir immerhin bis zur 78er Marke an der Stelle theoretisch Platz. Und das heißt, die Risikoseite ist ungefähr die. Ihr seht, das Ganze ist deutlich zugunsten der positiven Seite. Das heißt, wir brauchen nicht mal 50-50 Trefferquote. Und, oder, wenn wir 50-50, also nicht mal 50-50, weil selbst wenn wir einmal Minus sind, einmal Plus sind, haben wir immer noch auf jeden Fall einen Restgewinn, der übrig ist. Das ist natürlich nicht so schön. Schöner ist, wenn die Trefferquote höher ist. Schöner ist, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis besser ist. Aber ihr seht schon, das ist eine relativ leichte Mechanik. Weil viele sich vertun und sagen, du willst doch nicht ernsthaft erzählen, dass dieses Verhaltenmuster mir jetzt sicher zusagt, dass wir das Ding erreichen. Ja, leider habt ihr da recht. Das sagt das nämlich überhaupt nicht sicher zu. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist durchaus attraktiv genug, dass ich das mit dieser Gestaltung als einen Trade umsetzen kann. Das ist jetzt keine zwingende Empfehlung. Möglicherweise, bis ihr das Video seht, ist es eh zu spät. Deshalb 5 Minuten oder 15 jetzt in dem Fall. Wie gesagt, ich habe das vorhin im Trade des Tages angekündigt. Da hatte ich das auch gezeichnet. Das ist jetzt also nichts Neues. Wer also ein bisschen schon fleißig war an den Märkten und die Sachen verfolgt hat, der ist da schon vorbereitet und jetzt nicht überrascht durch das Video aktuell. Aber ihr seht, dieses Verhaltensmuster ist etwas, was nicht immer, aber immer wieder vorkommt. Und das Schicke ist, wann immer ich es sehe, versuche ich es zu handeln. Wenn ich es nicht sehe, dann sage ich manchmal halt auch, ja, tut mir leid, ihr habt alle ganz tolle Gewinne. Ich nicht, ich war gar nicht mit dabei, weil es nicht schön genug aussah. Aber manchmal tradet das Auge ja mit oder küsst das Auge mit. Wie sagt man? Nee, ist das Auge mit. So ist es beim Traden auch. Wenn es schön aussieht, dann besonders gerne. Wenn es nicht so doll aussieht, dann notfalls auch mal stehen lassen und auf etwas Hübscheres warten. So, das ist der DAX aktuell. Wie gesagt, ein bisschen Augentraining jetzt hier. Da wollen wir das jetzt nicht so super breit treten. Das ist aber so in etwa etwas, was ich euch nochmal darstellen wollte. Ansonsten beim DAX im übergeordneten Bild gibt es nicht so arg viel Neues. Wir müssen noch damit rechnen, dass vielleicht immer noch dieses Szenario nicht ganz vom Tisch ist. Nichtsdestotrotz, meine Erwartungshaltung ist eigentlich, dass wir da nochmal runtergehen. Also selbst in dem Fall, dass er nochmal hier hingeht, eigentlich würde ich ihn gerne da unten nochmal sehen. Und nicht aus Boshaftigkeit, da sage ich immer dazu, sondern damit dieses Bild aufgeräumt ist. Damit wir dann tatsächlich auch dieses klassische Verlaufsmuster, nee, nicht das hier eines Flats, sondern das eines Double Sideways hier haben. So in etwa, das wäre jetzt so dieses klassische Bild. Ich habe es ganz häufig schon gezeigt, deshalb blende ich das jetzt mal nur kurz ein. Also ich bin noch mäßig glücklich mit der Longseite. Im kurzen ja. Ja, also im kurzen habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber das, was ich euch eben im 15-Minuten-Chart gezeigt habe, hat natürlich erst mal null Auswirkungen. Also hat, jetzt habe ich den Faden auch noch verloren hier. Aber das müssen wir jetzt gemeinsam durch. Wie dem auch immer sei. Also das, was wir im 15-Minuten-Chart haben, das ist nicht das, was zwangsweise im großen Bild dann sofort hier als Initiation eben gelten muss. Eigentlich wäre mir das da unten ganz lieb, wenn er das noch abfrühstückt. Denn spätestens, wenn da die Marktteilnehmer wieder mit dazu kommen, ist das etwas, was dann auf jeden Fall Schwung nach oben auch im größeren Bild dann nochmal bedeutet. So, also wollen wir das mal so hinhalten. Ihr seht das hier im DAX. Da sieht das Bild natürlich ein bisschen anders aus. Klar, der eine handelt auch außerbörslich abends noch, wenn die Amerikaner noch unterwegs sind. Das macht der DAX nicht. Der geht ja schon bald in den Feierabend. Trotz alledem natürlich das Ganze noch handelbar. Aber kein, oder ein wichtiger Grund, jetzt schon mal auf den amerikanischen Markt zu wechseln. Hier haben wir nämlich eine interessante Situation, die jetzt auch so langsam in den Dreh reinkommt. Und wenn ihr das DAX, den DAX-Trade gesehen habt, dann habt ihr schon eine Idee, was das hier ungefähr für den Dow Jones betrifft. Das ist aber jetzt ein neuer Trade. Trade des Tages ist ja immer nur einer. Bei Born for Trading kriegt ihr den natürlich gleich auch noch zugeschickt. Dann habt ihr da nochmal eine Alternative. Bald müsste der natürlich jetzt hier dann anfangen zu drehen. Die Chancen dafür sind groß. Wir sind im Unterstützungsbereich. Also das hätte schon was. Und Vorfreude für die Intraday-Freunde. Also hier im 15-Minuten-Chart. Wir können auch wieder auf 5 Minuten runtergehen. Es geht mir jetzt nicht darum, euch zu verführen, in diesen kurzen Zeiten zu handeln. Aber das Index-Update am Nachmittag ist natürlich auch, weil hier tut sich ja nicht jeden Tag so viel, um die Intraday-Freunde ein bisschen mitzunehmen. Achtet mal drauf, ob ihr hier so ein Muster bekommt, was ähnlich wäre, wie das, was wir beim DAX Future haben. Also das, was wir hier sehen, ist ein erster schöner Ansatz für, na, vielleicht wird das ja nochmal was mit dem Bullischen. Und vielleicht ist das dann auch die Wende hier in dem Fall nach oben. Wie gesagt, beim DAX bin ich da noch nicht so sicher. Hier wäre es schon an der Zeit, dass der Kurs dreht. Also ich mache das nochmal einmal groß. 5-Minuten-Chart. Da habt ihr nicht so viele nachmittaglichen Tiefs hier. Starker Anstieg. Korrektiv runter. Wenn ihr nicht sicher seid, messt vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. So, und wenn ihr dann ein Zwischenhoch habt, A, B, C, das wäre das. Falls das aber gar nicht so kommt, das ist ja noch möglich. Es wäre ja noch denkbar, dass das vielleicht sogar so aussieht. Dann wäre es natürlich diese Marke, die dann für den Einstieg dann eben gilt, wenn der Kurs dann nach oben geht. Nicht mehr so toll, wenn er hier durchgeht. Verboten ist für uns zumindest mal long. Das ist natürlich kein echtes Verbot, aber für uns, für unseren Handelsansatz, wenn wir da durchgehen, wollen wir es nicht mehr. Weil die Chancen nicht mehr so toll sind für nach oben. Die lassen dann deutlich nach. Und das Ganze wird häufig vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so attraktiv. Letzter Satz vielleicht dazu, wer jetzt sagt, Mensch, Rüdiger, wir sind doch schon an der 38er, also jetzt schon. Nein, denkt dran, das muss A, B, C sein. Und ich weiß nicht, welche Lupe ihr habt, aber das sieht sehr nach einer Welle aus. Wir brauchen aber Korrektiv. Das sind drei oder mehrere überschneidenden Wellen. Das ist also noch nicht korrektiv. Die Höhe passt schon. Aber das Verhaltensmuster ist ja noch gar nicht fertig. Also ich gehe davon aus, dass es noch eine realistische Chance gibt, dass es so aussieht. Und wir dann gegebenenfalls zum späteren Zeitpunkt da eine Long-Position im 5-Minuten-Chart, wer diese kurzen Zeitebenen möchte, eben eingehen können. Die wiederum wäre allerdings dann auch vielleicht tatsächlich schon indikativ oder ein Early-Bird-Entry für das nächste größere Bild. Warum das Ganze? Weil wir sind an einem doch deutlichen Unterstützungsniveau. Wenn wir von der Wende ausgehen, dann hier. Das heißt in diesem Fall, anders als beim DAX, wo ich sage, eigentlich müsste das da unten nochmal abfrühstücken. Hier würde ich gegebenenfalls sogar sagen, wollt ihr euch vielleicht dieses Target sparen, also das Target hier oben sparen. Nehmen wir mal an, ihr seid dann hier irgendwo reingekommen. Wie gesagt, es ist noch leider unter der Annahme, dass es so korrektiv ist, das weiß ich nicht. Aber nehmen wir mal an, es kommt ungefähr so, läuft hier in diesen Bereich rein. Ihr macht hier den Entry. Dann könnt ihr euch ernsthaft überlegen, ob ihr sagt, ja, eigentlich ist das das sogenannte Mindestziel oder sehr typische Mindestziel. Es geht natürlich auch niedriger, haben wir alle schon erlebt. Gut, aber klassisch, dass er die Marke noch erreicht, ist recht typisch, dass man sagt, weißt du was, da mache ich gar keinen Gewinnmitnahmepunkt hin, also keine Verkaufsorder, um den Long wieder zu schließen, sondern wenn er die erreicht, muss ich ja damit rechnen, dass er dann doch das macht. Deshalb ziehe ich dann den Stop auf dem Einstieg nach. Zumindest mal so etwa auf dem Einstieg, wenn er dann weiterklettert, super, wenn er mal zwischendurch eine Korrektur macht, auch okay. Nur wenn er das macht, ja, dann fliehe ich halt mit von mir aus plus minus null. Ich will ja gar keinen Gewinn haben, weil ich will ja eigentlich im Großen idealerweise. Also ihr habt hier eine Early Bird Möglichkeit reinzukommen auf dem kleinen Bild. Wenn ihr jetzt sagt, Rüdiger, ein 5-Minuten-Chart, ich glaube, dich hat es, ich gucke das abends um 19, 20, 21 Uhr, wenn ich von der Arbeit müde und erschöpft nach Hause komme, ich gucke doch nicht auf den 5-Minuten-Chart. Also gucken solltet ihr das schon, ihr müsst ja nicht den 5-Minuten-Chart handeln. Aber wenn er eben euch heute Abend so ein Muster gezaubert hat und ihr dann sagt, naja, es sieht aber schon so aus, wie wir das beim DAX eben hatten und das hier aber bei diesem Markt, dann wäre das etwas, was ihr ohne weiteres da in petto haben solltet oder könntet. Ich halte das für mindestens mal sehr, sehr interessant, solltet ihr ein Auge drauf werfen. So, wie sieht es beim S&P aus? Ideal wäre es, wenn es da ähnlich ist. Im 5-Minuten-Chart ist es ähnlich, deshalb erkläre ich euch das jetzt hier nicht nochmal. Schub hoch, wackele ich runter und hier gilt für mich folgendes Grundgesetz. Der, der am schönsten aussieht, der kriegt den Zuschlag. Also, das kann durchaus sein, wenn die alle einigermaßen gut aussieht, aber der eine ein bisschen windschief, der andere aber ein bisschen blödere Chance-Risiko-Verhältnis, ja, dann nehme ich doch freiwillig am liebsten den, der eben am besten aussieht, der das schönste Bild hat. Das ist ja der Luxus, dass wir hier mit den Amerikanern gleich mehrere Indizes haben, auf die wir zurückgreifen können. An sich gefällt mir aber der Dow insofern besser, dass wir hier jetzt quasi ohne große Unterstützung das haben. Während wir beim Dow Jones, ich hatte es euch gezeigt, ja eigentlich schon auf so einer Marke aufgesessen sind, so ein Bereich. Ich blende es nochmal kurz ein und mache es nochmal groß. Hier hatten wir es. Das ist ungefähr das Zwischenhoch von Juni, ja, da in dem Umfeld, wo wir sagen können, also eigentlich gilt es jetzt. Ja, und einige Freunde sind dann natürlich auch Trendkanal-affin und die sagen dann, Mensch, Rüdiger, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber Trendkanal, den habe ich im Blick. Müsste ich aber auch zeichnen können, so, dann machen wir es nochmal frisch. So, irgendwie so ganz grob, also man sieht schon, das passt schon so als Korrekturmethode gegenüber dem Anstieg. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Der Nasdaq, der ist im 4-Stunden-Chart noch relativ unauffällig. Wir haben hier allerdings noch nicht so 100% diese Tiefen, also wir haben sie erreicht, aber sie kann noch tiefer gehen. Also wir dürften nicht maulen, wenn der noch um 300 Punkte tiefer geht. 14.800 ist die Unterseite, so etwa, und selbst ein bisschen unterschießen wäre jetzt noch kein Drama. Da kann man jetzt nicht sagen, völlig absurd. Ja, also das müsste mit einkalkulieren, dass das theoretisch da entsprechend auch geht an der Stelle. So, das ist also etwas, was als möglicher Dreh in Frage kommt, in der Hoffnung, dass es passiert. Der Nasdaq geht schon nach oben, da ist das Bild aber, genau wie ich es eben angedeutet habe, nicht so schön. Das heißt, der Nasdaq, der bietet sich jetzt hier als einen konkreten Einstieg nicht so sehr an, wie wir das bei den anderen haben. Hoffnung also angebracht, dass die Märkte sich drehen, dass wir da vielleicht in die Chance reinkommen, dass es sich umkehrt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtige Entscheidung trefft. Es sind einige spannende Momente aktuell zu sehen. Nutzt sie, wenn es möglich ist. Euch alles Gute und liebe Grüße. Vielen Dank.